Hallo meine Lieben, hier ist wieder Frank Feind aus den Schönenberger Hinterhofstuhls. Ich grüße euch ganz herzlich. Es geht um Judith Williams Cosmetics, es geht um die Linie Luxury Diamond. Das hier ist ja die Klassik-Linie, wenn es darum geht, Kollagen aufzubauen und Kollagen in der Haut zu halten und die Fasern zu stärken und zu schützen und Feuchtigkeit in die Haut einzuschleusen. Die Kollagen-Linie hat Zuwachs bekommen in Form von vier neuen Produkten. Diese wurden zusammengefasst in einer neuen Unterlinie und heißt jetzt Pink Diamond. Hier ist das Flaggschiff der neuen Linie, die aus vier Produkten besteht. Es geht um dieses Super Concentrate, Pink Diamond Concentrate. Es gibt eine neue Gesichtscreme, eine neue Augencreme und eine neue Reinigungsmilch. Stellvertretend für diese vier Produkte zeige ich euch heute dieses neue tolle Super Serum. Es sind in diesem Serum alles vereint, was ihr auch aus der Klassik-Linie kennt. Es ist Diamantpulver mit drin, Diamantpuder ist mit drin. Es ist der Diamagen-Abbans-Komplex mit drin, eine Kombination aus Peptiden, Diamantpulvern und Proteinen, um die Kollagenfasern zu stärken. Es geht um Kollagen-Boost, es geht um Kollagenfasern zu schützen, es geht darum, das vorhandene Kollagen in der Haut zu schützen und zu stabilisieren. Aber in diesem pinken Konzentrat und in dieser pinken Linie ist ein Komplex dran aus Hibiskus-Pflanzenzellen, der das Hautgerüst richtig renoviert und das Hautvolumen erhöht. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, wenn ich mal nach unten gucke. Ich habe mir da einen kleinen Spickzettel gemacht. Dieses Serum kommt in dieser tollen Verpackung. Es sind drin, wie gesagt, 100 Milliliter. Und wie wendet ihr es an? Ganz einfach. Zuerst die Reinigung, die Cleansing-Milch, dann einen Toner und dann dieses Super Concentrate. Ihr braucht wirklich wenig. Ihr könnt dann mit nah um die Augen gehen. Ich zeige euch mal die Konsistenz. Die ist ganz mild, milchig, so ein bisschen gelig. So sieht es aus. Und das verreibt ihr bitte in die Haut. Ihr könnt es einklopfen, ihr könnt es einmassieren. Bei der Menge, dadurch, dass sie sehr, sehr ergiebig ist, könnt ihr Halsdekolleté natürlich auch alles wieder mitnehmen. Und es schmilzt richtig in die Haut ein. Es geht hierbei auch nicht nur um Kollagen, sondern auch um Feuchtigkeit. Das ist ja überall drin. Seht ihr das? Das waren jetzt zwei Pumpstöße. Natürlich viel zu viel. Aber die Haut trinkt sich richtig satt. Das zieht relativ schnell ein. Und ihr merkt richtig, wie die Haut an Volumen zunimmt. Ich habe es jetzt erst an drei Tagen probiert, morgens und abends auftragen auf die Haut. Und es fühlt sich wirklich total soft an. Die Haut ist super genährt und ihr habt einen ganz tollen Glow-Effekt. So richtig Strahlkraft. Ähnlich wie bei Phytomineral. Ich hoffe, man sieht es hier so ein bisschen. Ja. Also ich kann es selbst bei dem Licht, den Glow, hier sehen. Ich halte euch mal die andere Hand. Guckt mal, kann man das sehen? Dagegen. Die sieht schon ein bisschen anders aus. Wie diese. Strahlkraft, Strahlkraft, Strahlkraft. Danach tragt ihr natürlich die Gesichtscreme auf. Den Duft nicht zu vergessen. Der Duft ist der gleiche wie in der Classic-Linie. Der wurde Gott sei Dank nicht verändert. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsdüfte. Dazu die tolle Body Cream und den Duft. Und ihr seid perfekt ausgerüstet. Ich zeige es euch nochmal, wie die Haut gut genährt und gepolstert ist. Ihr müsst euch das nicht so vorstellen, als wenn die Haut jetzt sich aufbläht, sondern ihr merkt, dass das Gerüst in der Haut, dass die Haut praller wird und das ziemlich schnell. Also dieses Konzentrat hat wirklich einen Sofort-Effekt. Wenn ihr euch nur ein Produkt aus dieser Linie bestellt oder leisten wollt, dann würde ich euch natürlich das empfehlen. Ihr könnt darüber jede andere Creme auftragen, die ihr habt, Phytomineral oder eine ganz andere Marke. Nur dieses Konzentrat 100 Milliliter reicht euch garantiert bei zweimal Anwendung am Tag bis ins Frühjahr. Das wird meine neue Superwaffe. Dieses Konzentrat könnt ihr auch wunderbar unter Make-up tragen und ist ein absoluter Traum. Natürlich könnt ihr es kombinieren mit der Classic-Linie. Das bietet sich sogar an. Dann würde ich erst das Classic-Konzentrat oder Serum auftragen und dann das darüber, weil hier ist dieses bestimmte, dieser tolle Strahlkraft-Booster drin. Ich glaube, es gab auch schon mal einen ähnlichen Strahlkraft-Booster in der Edelweiß-Linie. Nur der hier gefällt mir natürlich noch viel, viel besser. Ich zeige es euch nochmal. Es ist alles eingezogen. Es geht super relativ schnell und die Haut kriegt einen perfekten Glow. Es ist die total gute, tolle Make-up-Unterlage. Danach die Creme auftragen, einmassieren, die Augencreme und ihr seid gerüstet für den Tag. Es ist eine ganz tolle Linie jetzt auch für nach dem Sommer, weil was macht die Sonne am alleregsten kaputt und greift an, wenn die Haut nicht gut geschützt ist das Kollagen. Wie gesagt, hiermit wird das Kollagen neu aufgebaut. Das vorhandene Kollagen wird geschützt und restrukturiert. Meine Empfehlung für diesen Herbst, für diesen Oktober, für November. Das könnt ihr durchnehmen bis ins Frühjahr. Wer dieses Produkt schon hat, lasst es mich wie immer wissen. Ich freue mich über einen ganz, ganz tollen Austausch wie immer mit euch und wünsche euch jetzt ein ganz, ganz tolles Wochenende. Viel Spaß bei HSE24. Die Judith, da ist mein Fernseher, läuft hier nämlich gerade parallel und zeigt gerade die Gesichtscreme. Das finde ich lustig, während ich hier dieses Video drehe. Ja, lasst mich wissen, wie eure Erfahrungen damit sind und dann sehen und hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Habt einen schönen Herbst. Bis dahin. Alles Liebe. Tschüss.